Willkommen beim dritten Part in diesen A-Aufnahme. Schön, dass wir den dritten Part angekündigt haben. Genau. Wir mussten nur noch richtig schneiden. Ja, ja, jetzt kann ich wegen dir mich wieder da dran setzen. Hey, Mitte. Jetzt haut er einmal links, macht sein Mittel. Rechts. Doppelsprung in die Teile rein. Das ist gut. Jetzt haut er sein Face in den Mittel danach. Regnet, lässt es wieder regnen, ne? So knapp, so knapp, so knapp, so knapp. Zum Sack, zack, zack. Ich werde jetzt heute beulen. Dein dummes Gesicht, ey. Es ist unbezahlbar. Ich werde nur dezent verrückt bei dem Level. Du entschuldigst mich. Ah, nein, nein, nein. Sorry, das war gerade irgendwie so ein bisschen überrascht. Was? Ich bin hier durch aufs Gewicht. Da kommt plötzlich eine Faust rechts und ich so, jo. Oh, ich werde verstehen. Ach, du Scheiße. Ich stehe die ganze Zeit direkt, dann macht er irgendein scheiß Face, ne? Und dann haut er links. Ich so, jo, ich bin hier durch aufs Gewicht rechts. Oh. Jetzt regnen drei Dinge, da auf die Stelle. Oh, das ist blöd. Nee, das ist blöd. Ach, obwohl er heute erst links, ne? Wenn ich das so lange spiele, bis ich es hinkriege, besitze ich hier 30 Parts dran. Bin ich schon bald weiter? Ne, ich bin da fast 10. 11, 12. Dann müsste das ja der 13, 14, 15 Part sein. Nein! Ich wusste noch, dass er sind. So, jetzt merke ich mir das alles. So, jetzt muss ich mal aufpassen. Hier hatte ich die ganze Zeit scheiße Lade. Zurück zur Map, Alter. Das kann man echt vergessen. Kann ich später nochmal machen. Versucht jetzt überhaupt so ein Zimmer. Hahaha, witzig. So. Komm schon, jetzt. Jetzt ist es die übelste Concentration. Nein! So. Jetzt, ne? Was macht er jetzt? In der Mitte! Okay, dann muss ich auch noch links. Gut, jetzt das Rechner. Dann kommt links-rechts-Kombo. Links-rechts-Kombo mit der Mitte. Der links-rechts-Haken. Genau. Und dann? Aber die sind ja gleich. Das ist ja dann eigentlich egal, wo ich hingehe. Wo ich fiete. Mann! Ah, bin ich dämlich, ey. Ich springe links am Rand vorbei. Klingt gut. Einfach in den Lava. Ich glaube, ich muss da hochspringen, dann mittig. Ah! Da links geht es ja gar nicht vorbei. Also, jetzt rechts. Zombie Writer spielt Torchlight 2. Oh! Oh! Nein! Zombie Writer spielt schon wieder Torchlight 2. Was ist denn wichtig? Diese, diese eine Säge, die ist so demotivierend. So, was macht er jetzt nochmal? Das hab ich vergessen, Alter. Jetzt hat er wieder sein Face in der Mitte. Ja, wie war das nicht mit dem... Ja, das kannst du dir nicht merken. Er macht das links und dann genau... Ah, ich hab doch richtig gesprungen, ey. Hallo. So, weiter geht's. Die Brille wieder aufsetzen. Oh, A+. Danke. Ich glaub, man darf... Danke. Nächster Level. Nächster Level. Nein, nächster Level. Echt? Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Jetzt hat er schon wieder sein Face auf mich draufgehauen. Ich weiß grad nicht, was die Typen hier für Probleme mit mir haben. Aber sie sind aggro. A+, kaum keine gute Zeit, aber es war A+. Ich muss versuchen, die auf einen Punkt zu sammeln. Na klar, es gab es dann eine Verstopfung. Wer hat Verstopfung? Das Spiel. Weil dann plötzlich nur noch zwei von denen rauskommen, wenn nicht einer. Nein. Und dann auf 3x3! Vielleicht multipliziert sich das auch immer. Jetzt ist es nicht gut. Ja, vorhin war er aber immer 1-1. Ach, die kann man da reinlaufen lassen. Das ist ja geil. Bis auf die Tatsache, dass ich da auch reinlaufe. Oh, diese Suicide-Bomber, Alter. Oh, diese Suicide-Bomber, Alter. Komm ich zum Fick, komm ich dann da hoch? Hau dein scheiß Face in das scheiße Ding rein. Nein! Nein! Wie komm ich da hoch? Okay, das muss ich mir merken am Ende. Und nochmal so eine Scheiße, ne? Dreimal. Hier anscheinend irgendwie so. Jaa, so sieht's gut aus. Ablos! Yes! Dafür war ich gerne verdammt zu lange ruhig. Ich konzentriere mich jetzt die ganze Zeit drauf, Alter. Ich bin so krass. Konzentriertet, Mann. Bittig! Langsam finde ich dieses Level nicht mehr witzig. Wieso kann er nicht springen? Ah, jetzt kann er! Bitch. Hau dein hässliches Face jetzt da drauf. Wieso springt der denn hier nicht? Also nicht immer jedenfalls. Ja, sei doch. Controller ist kaputt. Nein! Ja, mach hin! Wir sind schon wieder! An! Wir sind wieder! Ja, aber nur am Start springt er nicht. Weil er irgendwie nicht gerade aufgesetzt wird oder so. Are you fucking kidding me? Serios-ly. Are you serious? No, I'm Severus. Oh, that's kind of funny. Isn't it? Anseft? Äh, hat er das eben auch gemacht? Hä? Bin ich jetzt ganz dumm? Eben hat er auch diesen Zoom gemacht. Ja, wieder. Dieses hier. Hä? Mann, das ist voll kompliziert und doof. Boah. So, hab ich wenigstens schon mal eine bessere Zeit, ne? Und dann sterbe ich da. So, hier drüber. Hä? Gehen die? Was? Mhm Was? Ne, das war knapp So Damn Muss ich da, Alter, das ist so hart So, warte, jetzt haut er seinen Kopf drauf, dann macht er wieder diese Links-Rechts-Kombo, ne, nachdem er wieder so scheiße geschissen hat Hast mich jetzt jedes Mal, nachdem er scheiße geschissen hat, macht er seine Links-Rechts-Kombo Ja, scheiß, gönne Und jedes Mal nach dem Links-Rechts-Kombo, ja, diese hässlichen kleinen Super Meatballs, die brennen Ach, die Diese verkohlten Genau Schernobylis Nein Nein Das Das Ey, ihr seid doch echt verrückt, oder? Jetzt macht er wieder sein, entweder das Rechts-Din, das von Links nach Rechts, ne? Genau, da war ich eben Hä? Warum macht denn der das zweimal? Nein, warte, der hat das nicht zweimal gemacht, Mann! Was soll denn das? Ey, so ne Scheiße Was macht der das zweimal? Ach, herrje Was ist? Die sprengen doch! Ach Gott, ey Ups Loil? Äh, irgendwie Loil, was soll das denn, Leute? Komm, hier, schmeiß brennende kleine Super Babys Jetzt hau dein Ding da links-Rechts Ach, ich könnte sogar theoretisch da durchjumpen Und sozusagen tunneln Jetzt gehe ich nach rechts Jetzt machst du einmal von links nach rechts, ne? Dann hast du dein hässliches Face Dadurch machst du zweimal ein links-Rechts-Kombo Und dann weißt du nicht weiter Und ich bin den Arscher tot! Oh, ich kann's gleich Es scheint gut zu laufen bei dir Ähnlich gut wie bei mir gerade Ja, nur bin ich nicht ganz so weit Weißt du? Das ist aber auch der einzige Unterschied Bits Neun! Ack! Hat mal jemand Lust eigentlich Aus der Community mal zu zählen Wie oft ich jetzt in diesem Let's Plation Nein gesagt habe Nein, 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 nein Naja, der Adi Nein, 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 nein Jetzt neu, mit anderer Betonung Hallo, jetzt grinst er mich erst hässlich an, ne? Das trägt mich doch auf, ihr Boah, Digga Boah, Digga Aaaaaah Digga, alter Arzeman Bats Hex Okay So, jetzt haust du dein hässliches Face Nur mal da drauf Ja, gut gemacht Zweite Beule, ne? So Jetzt machst du deute Buds Boots Genau Boah, das ist so geil Jetzt machst du zweimal links-rechts Kombo So Ja, genau Ich weiß noch nicht ganz, wie ich A plus machen soll Äh, schneller sein Jetzt nochmal links anfangen, ne? Nicht in der Mitte Ne? Ein gutes Kästchen Ja, fang immer Ah, geh weg Jetzt machst du bestimmt Oh, geh doch scheißen Entweder das Zoom Oder dein Face Ein drittes Mal draufhauen Ah, danke Danke, danke, danke So Sollen wir sagen Ganz schön, dass ich gerade nur darauf aus war Das Level überhaupt zu schaffen Sollen wir sagen, dass wir jetzt hier Äh, aufhören Nein Wir haben jetzt die 45-Minuten-Marke wieder Das heißt, daraus können wir drei Parts geschnitten haben Das reicht mir bis Mittwoch Ja, dann können wir Dienstagabend nochmal aufnehmen Oder Montagabend Montagabend wäre morgen Ja Ja, ich weiß nicht, ob ich Dienstag kann Dann müssen wir spätestens also Mittwoch aufnehmen Ja, ich möchte mal ganz kurz hier noch eins schaffen Auf geht's Ja, ich guck mir hier noch die Cutscene an Hast du's jetzt hingekriegt? Klar Locker, easy Komm, jetzt Rapture Oh, das arme Eichhörnchen Warum müssen immer Eichhörnchen sterben? Weil Eichhörnchen lustig sind, wenn sie sterben Echt? Das ist ein S-Ber, weil es lustig ist, wenn Eichhörnchen sterben So rum So Gut, dann würde ich sagen, wir hören jetzt hier auf an dieser Stelle Ab, los, wir können aufhören Gut Yeah So Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Bis dann Tschüss Ciao